Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr einfach nicht weiterkommt? Ich leider auch. Geht in eure Maus-Einstellungen, bei mir ist das Razer, und erstellt ein neues Profil. Macht einen neuen Makro und klickt auf ohne Verzögerung aufnehmen. Jitter klickt ganz lange, umso öfter ihr klickt, desto besser der Hack. Stellt nun den Makro auf eine beliebige Taste. Startet das Game und enjoyt eure Makros. Schluss. Mit der goldenen Tonne geht es noch schneller. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020